Ein herzliches Moment wünsche ich euch. Heute soll es um das Thema Läufigkeit bei Hündinnen gehen. Unter anderem behandeln wir folgende Unterthemen. Anzeichen der Läufigkeit, kommen Hunde in die Wechseljahre und wie verhinde ich eine Schwangerschaft und noch viele dazugehörige interessante Themen. Nach dem Intro geht's los. Was solltest du vorab über die Läufigkeit wissen? Die Läufigkeit oder auch Hitze genannt, bezeichnet die fruchtbare Phase des Sexualzyklus der Hündin. Der Körper der Hündin verändert sich, Hormone werden ausgeschüttet und das Verhalten wird beeinflusst. Dieser natürliche Vorgang tritt bei allen Hündinnen ein, die ihre Geschlechtsreife erreicht haben. Anzeichen für eine Läufigkeit bei einer Hündin. Vermehrtes Markieren, wachsende Ferdengemeinder, lokale Rüden, angeschwollene Vagina, Bellen oder Schnappen nach aufdringlichen Rüden, schlechtere Abrufbarkeit, große Anhänglichkeit und Verschmustheit, Trickheit und Unruhe, Blutung, gesteigertes Leckverhalten der Genitalien, gelblich-wässriger oder schleimiger Ausfluss und zum Beispiel zur Seite gedrehte Rute. Häufig steht die Frage im Raum, kommen Hunde auch in die Wechseljahre? Im Gegensatz zu uns Menschen kennen Hunde keine Memopause. Wechseljahre, in denen die Menstruation ausbleibt, gibt es bei unseren geliebten Vierbeinen nicht. Die Hündin wird also bis an ihr Lebensende läufig. Was hat es zu bedeuten, wenn deine Hündin auf einmal doch keine Läufigkeit mehr zeigt? Wenn die Läufigkeit im Alter ausbleibt, kann es sein, dass die Anzeichen einer Läufigkeit deutlich unterdrückt sind. Dann sprechen wir von der sogenannten stillen Hitze. Bei einer stillen Hitze kann es sein, dass es zu keiner oder nur zu schwachen Schwellungen der Scheide kommt. Da es kaum zum Ausfluss kommt und die Hündin auch generell keine Verhaltensänderung oder kein Interesse an Rünen zeigt, jedoch wenn deine Hündin regelmäßig läufig war und immer deutliche Anzeichen der Läufigkeit hatte und dann diese Anzeichen der Läufigkeit auf einmal ausbleiben, dann solltest du wirklich zeitnah zum Tierarzt gehen und deine Hündin untersuchen lassen. Hier könnte dann nämlich ein großes Problem dahinter stecken. Erste Läufigkeit beim Hund Die erste Läufigkeit bei einer Hündin setzt wie beim Menschen in der Pubertät ein. Während kleine Hunderassen bereits mit sechs Monaten zum ersten Mal läufig werden, erleben Hündinnen große Rassen, die sehr viel später ausgewachsen sind, diese Phase häufig erst im Alter von zwei Jahren. Danach sollte die Läufigkeit ein- bis zweimal im Jahr regelmäßig stattfinden. Wenn deine Hündin Schwierigkeiten haben, sollte trächtig zu werden, dann kann ich dir die BioFit-Serie wärmstens ans Herz legen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Lass uns kurz auf die Phasen der Läufigkeit eingehen. Die Läufigkeit einer Hündin beginnt mit dem Pro-Östrus. In dieser Phase kommt es zum Anstieg des Hormons Östrogen. In dieser speziellen Phase ist die Hündin auch für Rüden sehr attraktiv. Auf den Höhepunkt des Östrogen-Spiegels kommt die Hündin in den sogenannten Östrus. In dieser Zeit der Standhitze finden mehrere Eisprünge statt. Die Vulva schwillt ab und der Scheidenausfluss wird wässriger und manchmal schleimiger. Sollte es in diesen Tagen zu einem Deckakt kommen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung sehr hoch. Nach circa neun Tagen der Östrus-Phase beginnt die Nachbrunst. Die Läufigkeitssymptome, wie zum Beispiel die Geschwollen der Vulva oder der wässrige Ausfluss, verschwinden nach und nach. Unabhängig davon, ob es zur Befruchtung kam oder nicht, produzieren die Gellkörper das Hormon Pro-Östron, das die Einlistung und Wachstum des Embryos in der Gebärmutter fördert. Nach Wochen der starken hormonellen Veränderungen pendeln sich die Sexualhormone wieder auf Normalzustand ein. Dies nennen wir die Anöstrus-Phase. Hier noch ein kurzer Tipp, wie du die Schwangerschaft deiner Hündin durchaus auf natürliche Art und Weise verhindern kannst. Deine Hündin kann erst ein bis zwei Tage nach der Blutung trächtig werden. Auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass deine Hündin auch schon während der ersten Läufigkeit trächtig werden kann. Dies solltest du allerdings unbedingt vermeiden, denn während dieser Phase ist deine Hündin noch nicht vollentwickelt und es kann während der Trächtigkeit und während der Geburt zu Komplikationen bei den Welpen oder bei dem Muttertier kommen. Nun stellen sich vielleicht viele von euch die Frage, soll ich meine Hündin kastrieren lassen oder nicht? Hier gibt es super viele Aspekte zu beachten und deswegen habe ich ein extra Video dazu gemacht. Dieses Video verlinke ich euch gerne in der Beschreibung, in angepinnten Kommentar oder ihr findet das oben rechts unter den I. Wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und diesen Kanal abonnierst und die Glocke drückst, dann unterstützt du mich und du bleibst immer auf dem Laufenden. Mich würde einfach mal interessieren, ob deine Hündin schon mal ungewollt schwanger geworden ist. Teile es mir gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten schau gerne noch ein weiteres Video von mir an und ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Freude mit deinem Hund. Deine zum Aufklängende berufende Katrin Witt Erfahrungen zeigen, dass viele unserer geliebten Hunde häufig Verdauungsprobleme, Allergien, Ohrenentzündung, Hautprobleme und vieles mehr haben. Damit dein tierisches Familienmitglied weitgehend von diesen Erkrankungen verschont bleibt, schenke ich dir jetzt sehr gerne meinen gratis Hundefutter-Report. In ihm lernst du, wie du ein gutes Hundefutter von einem weniger guten Hundefutter unterscheiden kannst, damit dein Hund die Chance auf ein langes und gesundes Leben mit dir hat. Bereits hunderte Menschen haben sich ihn schon heruntergeladen und haben einen zufriedenen und fitten Hund an ihrer Seite. Du erfährst zum Beispiel, wie du Zusammensetzung richtig liest und dass der Preis eines Hundefutters nicht ein Hinweis auf gute Qualität sein muss. Oder auch, wie du weniger Geld beim Tierarzt lässt. Klicke also jetzt direkt den Link in der Beschreibung und sichere dir den kostenlosen einzigartigen Fahrplan zum hochwertigen Hundefutter für einen gesunden Hund.